Wir sind erst vor sechs Monaten in das Haus eingezogen. Vor ungefähr zwei Monaten sind plötzlich einige seltsame Dinge passiert. Wir haben darüber gelesen, dass die Skelton-Crew nach Asien kommt. Wir brauchen unbedingt ihre Hilfe. Es ist mir eine Ehre. Meine Frau und ich sind große Fans ihrer Sender. Als ich klein war, habe ich sie gesehen. Ich sprach mit ihnen. Oh mein Gott! Ich glaube, dass wir manche Dinge unbedingt wahrhaben wollen. Und in unseren Köpfen werden sie es dann auch. Was war das? Was? Das Geräusch. Wie geht es jetzt weiter? Sie haben den Kontakt zu uns gesucht. Eigentlich müssten sie bei uns sein. Sie befinden sich überall in ihrem Haus. Wenn sich was regt, zeichnen wir es auf. Hast du was angefasst? Nein. Los, 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 los! Scheiße! Noch nie haben wir so was echtes und handfestes gesehen. Das ist das erste Mal in der Geschichte unserer Sendung, dass wir einen echten Beweis für etwas Übernatürliches haben. Ben? Oh, Scheiße. Hast du mich erschreckt? Alles okay? Er hat einen Anfall! Das ist der Mann aus meinen Träumen! Ja! 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 Was für macht? Wir hatten so viel Spaß. Ja!